Zwei Tage später wurden die Tiere zu einer außerordentlichen Versammlung in die Scheune berufen. Sie standen ganz stumm vor Staunen, als Napoleon ihnen mitteilte, er habe das Holz an Frederick verkauft. Morgen würden Fredericks Wagen kommen und es wegführen. Während dieser ganzen Periode scheinbarer Freundschaft mit Pilkington, war Napoleon tatsächlich im Einverständnis mit Frederick gewesen. Alle Beziehungen zum Fuchswald wurden abgebrochen. Beleidigende Botschaften wurden an Pilkington gesandt. Die Tauben wurden angewiesen, den Klemmhof zu meiden und ihre Parole von Tod Frederick auf Tod Pilkington zu ändern. Zu gleicher Zeit versicherte Napoleon den Tieren, dass alle Gerüchte über einen bevorstehenden Angriff auf die Farm völlig unbegründet und die Geschichte von Fredericks Grausamkeit gegen seine Tiere stark übertrieben seien. All diese Gerüchte hätten wahrscheinlich Schneeball und dessen Agenten zu Urhebern. Jetzt wurde bekannt, dass Schneeball sich schließlich nicht auf dem Klemmhof verborgen gehalten habe, dass er tatsächlich niemals dort gewesen sei. Er lebe, wie es hieß, in ziemlichem Luxus, im Fuchswald und habe in den ganzen verflossenen Jahren eine Pension von Pilkington bezogen. Die Schweine gerieten über Napoleons Schafsinn geradezu in Ekstase. Dadurch, dass er mit Frederick freundlich tat, hatte er ihn gezwungen, den Preis um zwölf Pfund zu erhöhen. Doch die Überlegenheit von Napoleons Geist, sagte Quickschnauz, erweise sich an der Tatsache, dass er niemandem traue, nicht einmal Frederick. Frederick hatte das Holz mit etwas zu bezahlen gewünscht, was man einen Scheck nennt und das anscheinend ein Stück Papier mit einem Zahlungsversprechen ist. Aber Napoleon war zu schlau für ihn. Er hatte die Zahlung in richtigen fünf Pfundnoten verlangt, die übergeben werden mussten, bevor das Holz abgeholt wurde. Schon hatte Frederick angezahlt und die Summe, die er gezahlt hatte, genügte gerade, um die Maschinerie für die Windkraftanlage zu kaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017